Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu unserer Stream-Einladung, Fusikian und ich, wir wollen ein bisschen Anunnaki Genesis essen, oder? Ja, das ist zu schnell! Das ist schlecht in diesem Spiel, ja wir werden sehen, aber es handelt sich auch die ganze Zeit einfach nur darum, ob ich Machi mit dem Pitanoda gegriffen bekomme. Ne, ne, ich glaub nicht. So, ja, dann treffen wir uns hoffentlich gleich, Link ist in der Videobeschreibung und wie ihr schreibt noch mal jemand, ich weiß nicht, wie man da hinkommt, ihr müsst einfach nur den Link kopieren und bei euch einfügen, dann seid ihr drin, ich krieg jedes Mal wieder so einen Kommentar. Okay, so, ja, bis gleich, tschüss!